Wir zeigen euch jetzt eine kurze Szene aus unserem Handpuppenkurs. Viel Spaß dabei! So, geschafft! Die Kleine schläft. Und jetzt kann ich mir... Erst einmal noch schnell ein kleines leckeres Bierchen aufmachen zur Abendstunde. Die Mama ist ja heute Abend weg mit ihren Freundinnen. Und... Vielleicht schläft sie ja wieder ein. Mama? Moile? Moile? Schlaf doch wieder ein bisschen Kleines. Die Mama kommt bald nach Hause. Aber wo ist meine Geschichte? Zu schlafen? Zu schlafen, meine Gute-Nacht-Geschichte. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm... Danke schön. Es war ein Marsch vor langer, langer Zeit. Und da lebte eine kleine... Schlafen! Oh! Oh! Mama! Mama! Habt ihr Mama gesehen? Ja! Ja! Es ist ja gut! Die Mama, die kommt bald nach Hause. Ja! 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 Ja, danke! So! Schlaf doch ein wenig. Ich leg mich auch zu dir ein bisschen zum Schlauch. So besser... Ein schönes. Papa! 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 Mach auf! Ja! Ja! Oh! Die Mama kommt heim. Komm! Wir holen sie von der Tür ab! Aber ich will nicht! Komm! Ich hole die Mama ab! Komm! 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 Applaus Applaus Когда事情 также losaus